Ich möchte aber noch einen Liedtext vorlesen von der Band Muse. Kann man sich unbedingt zu Gemüte führen, diese Band. Die Band, die ist musikalisch extrem gut und die sind auch, wie soll ich sagen, Kämpfer gegen die neue Weltordnung. So, und jetzt lese ich den Text vor und dann hören wir uns das Lied an. Ich lese ihn auf Deutsch. Steh zu dir. Deine Träume werden wahr. Gib den Kampf nicht auf. Du wirst überlegen sein. Denn im gesamten Kosmos gibt es niemanden wie dich. Hab keine Angst. Lass deine Gedanken offenbaren. Du sollst standhaft bleiben. Standhaft für das, was du glaubst. Und heute Abend, heute Nacht, können wir wahrhaftig sagen, zusammen sind wir unbesiegbar. Während des Chaos werden sie versuchen, uns herunter zu ziehen. Aber bitte, bitte, lasst uns die Chance nutzen, um endgültig den Spieß zu drehen. Und heute Abend, heute Nacht, können wir wahrhaftig sagen, zusammen sind wir unbesiegbar. Mach es, wie du glaubst. Mach es, wie du glaubst. Es macht keinen Unterschied für mich. Was du hinterlässt, was du entscheidest zu sein und was immer sie dir erzählen, deine Seele ist unzerbrechlich. Während des Chaos werden sie versuchen, uns herunter zu ziehen. Aber bitte, bitte, lasst uns die Chance nutzen, um endgültig den Spieß zu drehen. Und heute Abend, heute Nacht, können wir wahrhaftig sagen, zusammen sind wir unbesiegbar. Together, we're invincible. Danke, Baba.